Ich spring mal weiter und zwar zu einem Thema, auch da wieder schön in unserem Chat. Gestern hat keiner quasi den Namen ausgesprochen. Wer wird denn MVP und wer wird nicht MVP und können wir hier und ich frage für einen Freund und ich habe dann halt einfach irgendwann gesagt so, fucking Lamar wird fucking MVP. Und das auch, sorry, fucking verdient mittlerweile. Und ich habe noch nicht mal meinen... Das ist aber schön, da musst du jetzt aber ordentlich was ins Flugglas reinschmeißen, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, wir müssen das hier alles piepen. Oh Mann, oh Mann, jetzt haben die Leute in den Kommentaren wieder alles beruhigt mit Frank, Mike und jetzt gehe ich sie auf. Ich habe ja, eigentlich war ich ja so ein bisschen und hatte auch drauf gehofft auf dem Deck-Presket-Ding. Also nicht, weil ich Dallas-Fan bin, sondern weil die sind dann vielleicht nach 30 Jahren auch irgendwann mal wieder due. Das wird eben nichts, aber diese positive Game-Manager-Attitude habe ich ja die ganze Saison schon hervorgehoben und das ist einfach super, also einfach up to par. Gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, dann kommen halt eben auch die Zahlen nicht zustande. Aber, und da danke ich jetzt Sebastian, dem ich das nämlich klaue, wenn ihr bei uns ins Dokument guckt, ist meine Spalte zu Le Mar, obwohl mein Topic ist komplett leer, weil Sebastian einfach mal schön alles reinschiffriert hat in seine Spalte. Also 17 von 20, 324 Yards, fünf Touchdowns. Also die Idee, es ist einfach unfassbar. Das war aber, das war das erste Spiel der Dolphins, gegen die Dolphins, in Woche 1, 2019. Genau. Gestern 18 von 21 für 321 Yards. Also fast exakt dieselben. Exakt, genau. Und da wollte ich jetzt nochmal hinkommen und du hast es unten drunter noch geschrieben, auch das habe ich von Kevin Clark, dachte ich, irgendwie geklaut, aber keine Ahnung, wo du es gelesen oder gehört hast. Er ist wirklich der Quarterback, der es in den letzten, die letzten drei Male geschafft hat, ich glaube, beginnend bis 2018 oder 2019, eben mehr TDs zu werfen als Incompletions in drei Occasions. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Und nach all dem, was so in den letzten Jahren auch über Lamar gesprochen wurde, verletzt, Vertragssituation, finde ich das so rein pressemäßig halt auch einfach mal verdient. Und wenn nicht, weiß ich, was passiert am letzten Spieltag, dann, sorry Remo, oder jetzt in Stellvertretung Fabienne, kommt da auch ein Brock Purdy nicht mehr dran vorbei. Und das finde ich einfach gut. Das finde ich gut. Und wenn man dann noch sieht, wie John Harbo irgendwie tanzt in der Kabine, dann kann man sich vorstellen, was abgeht, wenn Lamar vielleicht den MVP holt. Das ist richtig, richtig spaßig. Also gibt es da irgendeinen Widerspruch hier in der Runde, wo wir bei Takes sind? Ja, auf keinen Fall. Ich habe es ja auch schon. Ja, dann supporte ich dich erst, bevor Fabienne dich auseinandernimmt. Also ich habe es ja auch schon vor einer Woche gesagt, für mich Lamar eigentlich der MVP-Kandidat Nummer 1, weil sowas wie ein Purdy, ja, er hat jetzt ein gutes Spiel gehabt, er hat gute Situationen gehabt und er hat auch gezeigt, dass er auch nicht nur ein reiner Game Manager sein kann. Ist für mich aber ein Unterschied, ob man das über eine ganze Saison macht oder nur vereinzelt in einzelnen Spielen. Und dass ein Spieler, der kein Quarterback ist, MVP gewinnt, ist sowieso ein Thema, was wir, glaube ich, alle wissen, dass das tendenziell eher nicht zustande kommt. Und ich sehe dann auch, so gerne ich CMC mag und so gerne ich irgendwie seine Performance gutheiße und so, sehe ich auch ihn dieses Jahr nicht. Vor allen Dingen auch mit Blick, wenn mein Herz immer noch blutet. Vor ein paar Jahren, als wir auch von Derrick Henry eine grandiose Saison hatten, für mich der klare MVP gewesen mit über 2000 Yards in der Saison an Rushing Yards. Auch er ist kein MVP geworden und deshalb sehe ich zum Beispiel auch kein CMC dieses Jahr werden. Wohingegen man eher schon so ein Beispiel wie Lamar hatte 2015. Auch hier hatten wir einen MVP mit Cam Newton, der eben keine klassischen MVP-Stats aufs Blatt gebracht hat, so wie vielleicht Lamar dieses Jahr, aber einfach im Spiel gezeigt hat, dass er eben einfach MVP dieses Teams ist und generell das verdient hat, dass er einfach so einen krassen Unterschied mit sich bringt. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, auch wenn es beispielsweise eine gute Defense gibt bei den Ravens, ohne Lamar hätte das Team nicht mal annähernd so viele Siege und hätte auch absolut nichts mit dem Playoff dieses Jahr zu tun. Fabian, möchtest du? Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos und ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir machen hier ein bisschen Frauenpower jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Nein, Sarah holt einfach direkt mit dem Deckel aus und haut einfach drauf. Mich hängen lassen, reinreißen. Ja, merkt schon. Ja, also ich bin immer noch, also ich gehe mit Lamar definitiv. Ich glaube, das, was er gestern gezeigt hat, ist nicht zu widersprechen. Wer widerspricht, hat keine Ahnung von Football, Punkt. Bin aber trotzdem, möchte trotzdem immer noch CMC einwerfen. Gestern die 2000 Scrimmage Yards geknackt. Und ich möchte einfach endlich mal ein Non-QB als MVP. Das Purdy aus dem Game ist, glaube ich, klar nach letzter Woche, diese Woche auch so teilweise ein bisschen strugglig. Der Zug ist jetzt abgefahren, aber ich bleibe bei meinem Running Back in meinem Elfenbeinturm für Remo. Sebastian, du bist ja für Tagträumereien seit Jahren bekannt. Bist du eher der Realist oder bist du eher der Wunschvogel, der jetzt auch sagt CMC? Und wobei, wir haben ja in den letzten Wochen auch öfter darüber gesprochen. Non-QB wäre super, aber einfach jetzt, wo ein QB sich dann doch ein bisschen aufdrängt, ist es noch unwahrscheinlicher als in den letzten Wochen. Wie gesagt, mir fehlt da insgesamt der Compelling Case eines Nicht-QBs, um zu sagen, er könnte Lamar da jetzt noch einholen. Also Entschuldigung, ich sehe gerade bei Twitch im Chat Tua. Tua hat sich mit dem Spiel gestern spätestens auch verabschiedet. Der hat auch, Dr. Wapp hat auch Dirk Prescott reingehauen. Auch das glaube ich nicht. Tut mir leid. Also sicherlich hat Lamar nicht die absoluten flashy Zahlen. Das ist vollkommen richtig. Aber insgesamt ist er der wertvollste Spieler für dieses Team. Und den Case hat er gestern definitiv zugemacht. Da bin ich mir 100%ig sicher. Und das ist dann auch vollkommen okay so. Das kann ich dann auch neidlos anerkennen. Er ist diese Saison wieder komplett verletzungsfrei geblieben. Er hat halt endlich das gekriegt, was er gebraucht hat, nämlich vernünftige Wide Receiver mit OBJ und vor allen Dingen mit Flowers, mit dem Luki, den er da an die Seite gestellt hat. Der sensationell spielt. Die beiden klicken wunderbar. Und dann eben funktioniert auch noch der Tiedend hier, der Likely-der-Ersatz für Mark Andrews, für das sonstige, immer alte Security-Blanket von Lamar gewesen ist. Das sieht einfach insgesamt richtig gut aus. Und die Ravens konnten es sich gestern sogar leisten, dass Huntley reinkam und den letzten Touchdown-Pass geworfen hat. Und so dominant sind sie gestern gewesen. Und diese Dominanz, die kommt nicht von ungefähr. Und deswegen ist für mich auch, wenn ich jetzt hier gerade mal, CMC an 1, Tyreek an 2, an 3, dann Lamar von Kizero TV, gehe ich nicht so ganz mit. Ja, ich glaube, die NFL ist dann auch einfach dankbar, dass sie das nehmen kann, was sie in den letzten zwölf Jahren immer gemacht hat. Ach, da ist ein QB. Im Fußball hat man es manchmal so mit diesem Man of the Match, wo man auch denkt, es bietet sich überhaupt niemand an. Dann ist es, keine Ahnung, der Stürmer, der ein Tor gemacht hat, selbst wenn irgendwie der Achter-Mittelfeldspieler mit 700 Pässen und 99% Passqualität das Ganze irgendwie rumgerissen hat. Und naja, anyway. Aber wie gesagt, wir können ja alle mit Lamar leben, weil es ist jetzt kein Case. Du benutzt es gerade irgendwie den Term Compelling Case. Also Lamar hat definitiv einen. Und ich finde, da kann man im positiven Sinne auf jeden Fall drauf springen. F-F-Football hat man!